Brandstiftung sei ein ernstes Warnzeichen, hat er gesagt, vor allem bei Schulversagern. Schulversager, meine Tochter, war das für echt ein Unfall? Das ist aber nicht dein Ernst. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist aber nicht dein Ernst. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist aber nicht dein Ernst. Das ist aber nicht dein Ernst.